Thomas Riemark ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der in der Bundesliga für die Vereine Hertha BSC und SV Waldhof Mannheim insgesamt 121 Ligaspiele mit 31 Toren absolviert hat. Laufbahn, der Sohn des ehemaligen Oberliga- und Bundesligaspielers des 1. FC Saarbrücken, Horst Riemark, wuchs fußballerisch in den Jugendabteilungen von SSV Schweibach und SV 08 Luttweiler auf. Ehe ihn seine herausragenden Qualitäten in der Offensive beim SV Röchling Völklingen in der Saison 1977-78 still zu einer Nominierung in die Jugendnationalmannschaft des DFB führten. Beim UEFA-Junioren-Turnier im Mai 1978 kam der Stürmer in den zwei Gruppenspielen gegen Schottland und Portugal neben Mitspielern wie Uwe Greiner, Bernd Schuster, Thomas Alofs, Thomas Kroth und Ralf Werdusen zum Einsatz. Zur Saison 1978-79 wurde der Nachwuchsspieler vom Bundesligisten Hertha BSC verpflichtet. Zur Elf von Trainer Kuno Klötzer kamen auch noch die weiteren Neuzugänge Henrik Agerbeck, Rainer Blechschmidt und Jürgen Milewski. In der Bundesliga debütierte der antrittsschnelle und technisch gute Flügelstürmer am 18. November 1978 beim 1-zu-1 Heim-Remy gegen den VfL Bochum. Er wurde dabei in der 65. Minute für Karl-Heinz Granitzer eingewechselt. Insgesamt kam Riemark in seiner ersten Bundesliga-Saison auf elf Einsätze. Im DFB-Pokal 1979 zeichnete er sich gegen Wormatia Worms und Bayer-Hürdingen als Torschütze aus. Im Finale am 23. Juni 1979 in Hannover gegen Fortuna Düsseldorf wurde er bei der 0-zu-1-Niederlage nach Verlängerung in der 91. Minute in das Team um. Norbert Nickbohr, Michaels Zedat, Uwe Kliemann, Hans Weiner, Wolfgang Seidka, Dieter Nüssing, Erich Bier und Jürgen Milewski eingewechselt. Weiter sammelte er im UEFA Pokalerfahrungen in den Spielen am 6. Dezember 1978 gegen Esbjerg FB und am 7. März 1979 gegen Dukla Prag. In seiner zweiten Bundesliga-Saison 1979-80. erzielte er in 26 Ligaspielen vier Tore, Hertha stieg aber als 16. in die 2. Bundesliga ab. Es folgten von 1980 bis 1982 zwei Runden in der 2. Bundesliga, wo er mit 50 Toren in 78 Spielen wesentlichen Anteil an der Rückkehr von Hertha in die Bundesliga zur Saison 1982-83 hatte. Beim Bundesliga-Rückkehrer erzielte der Angreifer in 34 Ligaspielen neun Tore, er konnte aber den erneuten Abstieg nicht verhindern. Danach schlossen sich abwechselnd Stationen beim SV Waldhof Mannheim und den Stuttgarter Kickers bis 1985 86. in der Bundesliga bzw. 2. Bundesliga an. Ein besonderes Erfolgserlebnis hatte der torgefährliche Angreifer am 9. Oktober 1985, als er beim 5 zu 3 Heimerfolg des SV Waldhof gegen den VfB. Stuttgart die 2 zu 1 Führung des VfB in der zweiten Halbzeit innerhalb 13 Minuten durch drei Treffer in eine 4 zu 2 Führung verwandeln konnte. In dieser Runde erzielte er 14 Tore in 27 Spielen. Zusammen mit den zwei weiteren Angreifern Karl-Heinz Bührer und Fritz Walter war er mitgarant, dass die Elf von Trainer Klaus Schlappner den achten Rang belegte. Insgesamt hatte er 121 Bundesliga-Einsätze mit 1 und 30 Toren und 132 Einsätze in der zweiten Bundesliga mit 72 Toren. Im Ausland hat er unter anderem für Olympique Lyon, den FC Wettingen, den FC Martini Sports und den FC Balzers in Lichtenstein gespielt. Im Lauf der Runde 1988-89 kam er von Wettingen kommend nochmals in der zweiten Bundesliga beim SC Freiburg zu 19 Einsätzen mit 8 Toren, ehe er die Spielerkarriere bei Martini Sports fortsetzte. Seine Trainerkarriere begann Remark 1991 als Spielertrainer des FC Balzers. Mit Tasmania Neukölln stieg Remark in den 1990er Jahren in die Oberliga auf. Dort war Remark zwischen 1994 und 1997 tätig. In der Saison 2006-07 war er Trainer bei Röchling-Völklingen. Eine erfolgreiche Zeit erlebte der ehemalige Stürmer auch mit dem FV 07 Dieflen in der Saarlandliga, wo er von 2007 bis 2011 Chefcoach war. Im Januar 2012 verpflichtete der Rheinlandligist Eskebert Breisig Thomas Remark als neuen Trainer. Er beendete am 1. September 2013 nach dem 5. Spieltag der Saison 13 14 seine erfolgreiche Arbeit in Bad Breisig. Ab März 2014 war er Cheftrainer des Frauen-Zweitligisten SC 13 Bad Neuenahr. Seit der Saison 2015 16 trainiert Remark die Kreisliga-A-Mannschaft des Grafschafter SV. Präsentation Elkarz